Wo ist das denn? Das hatten wir mal als Bestandierfrage. Volle. Das ist von Leos Oberhoberer. Chaos. Das ist ja alles so. Da haben wir das noch. Das ist ein Post. Ja, ja. Einfach sagt niemand. Aber ich weiß das nicht, aber... Ja, das ist schon. Chaos, ja? Chaos, ja. Was ist Chaos? Tumult. Während er das heißt. Chaos ist richtig. Ja. Thema 50 Euro. Ich hab's versucht. In welchem Staat ist Commonwealth? Liegt die Provinz? Alberta. Hier sind zwei Wörter. Zwei Wörter. Zwei Wörter. Zwei Wörter. Drei Wörter. Die Wörter an. Ja, dann unten an. Zwei Wörter. Zwei Wörter. Zwei Wörter. Zwei Wörter. Erstmal ins Three. Zwei Wörter. So, jetzt kommen wir rückt. Zwei Wörter weg. Aber stimmt. Ich bin im Christ-Taxi. Kannst du mir mal schauen, in welchem... Hallo, Mama. Ach, äh... Also ich bin grad im Christ-Taxi und ich bin mir gefragt, ähm, in welchem Kommerwelt-Staat... Ja, 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 das ist aber Kanada. Ich weiß wie das, äh... Hier kommt der Kauter aus. Danke, danke. Oh, nein, mal. Kanada. Kannst du meine Mama aufzunehmen? Ich muss noch mal aufhören, da. Das ist richtig, jawolle. Tuch, denn es ist nicht... Sehr gut. Und jetzt sind die Marke... 53 Euro. Und es gibt ein bisschen Musik. Ein Motor von den Rücken noch eine... Die Garten, die... Die Garten... Die Garten... Die Garten... Jetzt mag ich zeichnen ein Sternchen Sonnenbrüller. Was ist denn keine Franz-Legende? Nabla-Aha-Dino. Ich weiß. Fäng ich jedem einen ein? Mach mich wenigstens den Namen von damals. Es fällt gar nicht mein Name ein. Ja, das ist vermagbar. Ja, wenn sich hier keiner so ein bisschen wie heute finden, die dann begriffen können. Ich hab fast das Gefühl, ihr könnt euch den Passagenschörer feststellen. Heißt aber, dass ich euch ein Leben abschätze. Ja. Aber ich glaube, das ist eine sinnvolle Strategie. Ja. Ja. Okay, dann machen wir's kurz. Ja. Wo ist die Kopf? Ja. Okay. Wie heißt der Zeitpunkt im Jahr, einigen Mittagssonne hierzulande am Niedresden steht. Ähm. Mit dem Moment. 21. Dezember. Bitte. Ja. 3. Dezember. 21. Dezember. Okay. Bitte. 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 Ja. 있게. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020